Moin Moin Freunde, hier ist Sascha und ich begrüße euch heute zu einem neuen Overwatch-Video. Ja, das Video heute relativ spät am Abend, vermutlich so 8, Viertel nach 8 oder sowas. Aber vor wenigen Minuten hat Blizzard das Virtual Ticket für die diesjährige BlizzCon veröffentlicht. Falls ihr vielleicht noch neu rund um Overwatch seid, also rund um das Thema Overwatch, rund um Blizzard, das Virtual Ticket ist im Grunde genommen für euch eine Möglichkeit, die BlizzCon, die ja am 1. und 2. November in Enerheim stattfindet, von zu Hause aus zu verfolgen. Das heißt, ihr könnt euch für einen Preis von 39 Euro, das war im letzten Jahr auch schon so teuer, die Jahre davor war es immer günstiger, könnt ihr euch alle Panels, die vor Ort stattfinden, quasi in wunderbarer Qualität anschauen, ihr könnt die E-Sports-Sachen verfolgen und alles, was irgendwie rund um das Thema Blizzard passiert, wird euch so in euer Wohnzimmer gebracht. Ich werde dieses Jahr ja auch wieder vor Ort sein, auf Einladung von Blizzard, das heißt, ich werde für euch live vor Ort berichten, also alles Neue, was rund um das Thema Overwatch passiert, werde ich euch ja an die Hand geben. Aber wie gesagt, wenn ihr zu Hause seid, könnt ihr euch das Ganze anschauen. Ja, das Besondere am Virtual Ticket ist aber nicht nur, dass man sich diese ganzen Panels anschauen kann, sondern dass es auch jedes Jahr virtuelle In-Game-Goodies gibt. So haben wir zum Beispiel, das können wir uns mal ganz kurz anschauen, in den letzten Jahren gab es zum Beispiel den exklusiven Bastion BlizzCon Skin, den gab es 2016, dann 2017 bekamen wir für Overwatch hier den Winston Skin und im letzten Jahr gab es den Sombra Dämonenjäger, hier haben wir ihn sogar direkt, Skins, die nur im Rahmen des Virtual Tickets verfügbar sind. Das heißt, es gibt nie eine Möglichkeit, sich die irgendwie nachträglich für Credits oder sowas zu kaufen. Bei der Sombra gab es im letzten Jahr ein bisschen Konfusion, da hieß es nämlich, erst mal kann sich die In-Game kaufen, Chance ist bis heute nicht da, aber das wird wahrscheinlich auch so bleiben, denn man muss ja an der Stelle sagen, dieses Virtual Ticket kostet eine Menge Geld und viele Leute, die sich für die Panels vielleicht nicht interessieren, die aber alles für ihre Spiele haben wollen, die geben das Geld aus für diese, ja, für die In-Game-Items. Und wenn man denen dann am Ende sagt, ja, schön, dass du 40 Euro bezahlt hast und die anderen haben es hier quasi for free, dann schwierig. Aber Virtual Ticket für dieses Jahr wird veröffentlicht und dieses Jahr bekommen wir gleich zwei Skins für Overwatch und wir können uns mal anschauen, was wir dieses Jahr bekommen und dafür schauen wir uns mal ganz kurz den Trailer an. Wo habe ich den? Ach so, hier. Genau, es gibt nämlich einen offiziellen Trailer und den schauen wir uns mal ganz kurz an. Hier sehen wir schon einen der Skins. Ihr verkennt es vielleicht auf den ersten Blick noch nicht. So, hier haben wir die virtuellen In-Game-Items. Und das ist all das, was man dieses Jahr für, also man kommt für jedes Blizzard-Spiel, bekommt man im Grunde genommen virtuelle In-Game-Sachen. Ähm, und ja, im Fall von Overwatch bekommen wir das hier. Wir bekommen zwei Skins. Wir bekommen einen neuen Symmetra-Skin, ähm, der angelegt ist an Tyrande aus World of Warcraft und wir bekommen ein Genji Illidan. Also es sind Crossover-Skins, die wir zum letzten Mal ähm, beim Basis-Lootbox-Upgrade vor zwei Jahren gesehen haben. Und in diesem Jahr, ja, gibt es davon zwei neue. Es gibt noch einen weiteren Trailer, der die ganzen Sachen ein bisschen schöner In-Game zeigt, aber es ist so die typische, ja, ich nenne es mal Blizzard-Twitter-Kartoffel-Qualität. Aber auch hier können wir mal ganz kurz reinschauen. Da sieht man nämlich ein bisschen mehr von den Skins. Die Qualität ist hier echt nicht schön. Ja, da sehen wir sie. Also wirklich schön. Für die, die keine Ahnung oder keinen Connect zu World of Warcraft haben, die werden jetzt denken, okay, wer ist Illidan? Wer ist, äh, Tyrande? Äh, Illidan, einer der besten Schurken im World of Warcraft-Universum. Also tatsächlich, die Vorlage für diesen Genji ist das hier. Also ungefähr das hier. Und die Vorlage für Tyrande wäre im Grunde genommen das hier. Also die sind schon sehr realitätsnah oder sehr, sehr echt angepasst an das, ähm, wie die eigentlich aussehen. Das Schöne ist hier, man hat so ein paar schöne Details. Zum Beispiel, ähm, sieht man hier die Klinge, die auch so gebogen ist bei Illidan. Ähm, selbst die Shuriken haben so ein bisschen diese Form, wie sein, sein, sein Blade, was er eigentlich trägt. Also wirklich schöne Skins auch hier, dass die, dass die, ähm, Tattoos so leuchten. Also es passt wirklich. Es sind wirklich wunderschöne Skins. Und dieses Jahr gleich zwei, finde ich, sehr überraschend. Äh, hier sehen wir die ganzen Sachen auch nochmal aufgelistet. Tyrande und, ähm, ja, Illidan, Sturm, Grimm heißt er, glaube ich, im Deutschen. Ähm, wie gesagt, die bekommt man, die anderen Sachen bekommt man natürlich auch dazu. Falls ihr so ein anderes, ähm, Blizzard-Spiel spielt, bekommt ihr dort auch virtuelle Ingame-Goodies. Ähm, die Sache ist die, hier steht schon direkt bei, ähm, Overwatch-Skins werden vor der BlizzCon verfügbar sein. Das heißt, es kann sein, dass die jederzeit online gehen. Wenn ihr euch jetzt dieses Ticket kauft, ähm, werden die noch nicht im Spiel sein. Ähm, es kann aber sein, dass jederzeit der Patch jetzt jeden Tag aufschlägt und dann habt ihr die direkt. Ähm, ob ihr das tun wollt, ist eure Sache. Ähm, ich gebe euch hier keine Empfehlung an die Hand. Wenn ihr euch null für die BlizzCon interessiert, dann kauft euch das Ticket nicht. Wenn ihr die Skins haben wollt, müsst ihr wissen, hey, okay, sind zwei Skins für euch 40 Euro wert. Kann, kann ich euch keine Empfehlung geben an der Stelle. Also ich kann, kann ich sagen, macht das oder macht das nicht. Das müsst ihr entscheiden. Ähm, ich kriege quasi das Virtual Ticket, weil ich ja ein Ticket für die BlizzCon habe. Aber ich kann nur sagen, ich finde die Skins fantastisch. Ich finde die wirklich gelungen und, ähm, fantastische Arbeit von Blizzard in diesem Jahr. Ähm, man kann sich nur hoffen, dass vielleicht mehr Crossover-Sachen kommen, weil ich glaube, viele haben jetzt vielleicht auch nicht so die größte, ähm, ich weiß nicht, wie viele von euch jetzt tatsächlich World of Warcraft spielen. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, ob ihr die Charaktere überhaupt kennt, ob ihr sagt, das interessiert euch. Sagt mir allgemein mal eure Meinung dazu. Ja, das war's für den Moment. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten und, ähm, wir sehen uns im Kommentarbereich.